Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem ganz besonderen Video, denn das ist ein Kanal-Trailer. Das bedeutet, dass dieses Video an die Leute gerichtet ist, die jetzt gerade frisch auf den Kanal gestoßen sind, aber natürlich auch an meine jetzigen Abonnenten. Das heißt, in diesem Video werde ich mich mal kurz vorstellen und erklären, was ich hier so mache. Mein Name ist Manuel und ich bin 15 Jahre alt und mache es seit Juli 2015 auf YouTube-Videos. Ich komme direkt mal zum wichtigsten Punkt, nämlich meinen Content. Das heißt, die Videos, die ich hier produziere. Auf dem Kanal kommen hauptsächlich Minecraft-Videos, aber auch andere Videos. Die Videos kommen generell immer am Samstag und am Dienstag um 14 Uhr in Full HD und 50 FPS. Dass in diesen Videos 2-3 Stunden Schneidearbeit drinnen steckt, ist für mich eine absolute Selbstverständlichkeit, denn durch aufwendiges Schneiden möchte ich meine Videos möglichst amüsant und originell gestalten. Das heißt, mein Content soll letztendlich lustig sein, unterhaltsam, aber er soll vor allem abgehoben sein. Abgehoben im Sinne von, dass sich meine Videos von anderen Videos deutlich abheben und deutlich einen Unterschied haben. Meine Videos sollen anders sein. Sie sollen keine 0815-Videos sein und sie sollen im Prinzip besser sein. Genau, das ist mein einziges Ziel. Ich will gute Videos erbringen mit gutem Schnitt. Sie sollen einfach gut sein. Das ist mein einziges Ziel. Wenn euch dieses kleine Video neugierig gemacht hat, dann könnt ihr euch jetzt weitere Videos anschauen. Ich freue mich natürlich über neue aktive Zuschauer. Und damit würde ich sagen, war es das für dieses kleine Video. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Bis dahin.